Wie gesagt, das Sequel sieht auch nicht schlecht aus, die Farbe davon. Du musst halt nur entscheiden. Entscheiden. Dem Stamm. Entscheiden. Entscheiden Kleister. Entscheiden Kleister. Mann, Flash. Dann nimm dich doch mal. Ich? Wieso ich? Warum soll ich mich benehmen? Weil du doof bist, darum. Okay. Oh, ist halt gut. Ja, ich weiß Bescheid. Ja, ne? Gut. So. Das hab ich, das hab ich, das hab ich. Zu wenig Goldpipes. Komm, dann Flash wir mal noch mal ein. Was ist jetzt? Du brauchst wieder Glas, ne? Ich hab noch Glas in der Garnbeck. Okay, ja dann ist ja gut. Nein, in der Garnbeck hab ich auf... Oder hab ich das... Ähm... nicht... in den Barrel vorne getan, glaub ich doch. Ich weiß jetzt nicht, deswegen frag ich. Anschweißen müsste ich sowieso, oder? Ja, ja. Was meinst du? Soll ich's anmachen? Ich hab neun Stacks drin. Okay, das reicht nicht. Nee, reicht auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, welches Portal nach unten hingeht. Das... So, dann tun wir den Barrel mal hin. Äh, hier sind noch was Text drin, ne? So. 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 Dann lernen wir mal ein bisschen den Bag da. Da kommst du erst mal mit aus. Da kommst du erst mal mit aus. Zum Glas. So, jetzt wollen wir noch Barrels. Haben wir noch da drun. Barrels, Barrels. Ich hab... Wo sind meine Barrels? Ein schöne Zelle, die ich einfach so weghauen kann. Zack, zack, zack. Tschüss, tschüss. Mal so löschen. Na warum? Achso, da sind die Gecheateten, ne? Nein. Aber die anderen... Ah, die hättest du jetzt nicht löschen müssen, ohne Witz. Ich aber. Die hätt ich jetzt auch genommen. Aber egal. Ich kann doch nicht exakt zu dir hin. Na, hättest du doch auch sammeln können in der Truhe oder so. In der DIA-Truhe. Nein. Ohhh. Ich bist behindert. Nee. Doch. Du bist behindert. Nein. Doch. Muss schon wieder husten. Ich verkneife mich einfach. Achja, was macht dann in meiner Eier-Farm? Also nicht. Ich mag auch schon lange nicht mehr. Dann Eier umspielen. Ich glaube aber nicht. So, erstmal nach Weiß kommt... Die... Eich binne. Ach komm. Sterb. Sterb. Die... 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 Das reicht gar nicht, sehe ich. Komm mal ab nach ganz unten. Neee. Klatsch. Oder? Hab ich jetzt alle? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, neun. Wie viele passen denn nach einer Reihe? Drei... Hallo Juna. Ach so, die Kisten sind voll. Voller Eier. Oh. Das ist doch super. Soll ich dich wieder älgern? Nein, solltest du nicht. Solltest du nicht. Solltest du nicht? Ich... Ich... Ich hab... Weiß, wie vieles Sex ich hab. Dann weißt du Bescheid, wie ich dich denn älgern. Ah, keine Ahnung. Ach, genug. Äh... Ich hab drei Tierkisten voll. Langweilig. Leck mich. Nein, das ist wirklich langweilig. Meinst du die überschüssigen Dinger hingehen? Die landen alle unten im Keller, irgendwo. Okay. Haha, geil. Was hast du dich grad'n? Die Schmeißer sind mein Ender-Ding. Und meine Ender-Flüssigkeit. Fumfumfumfum. Die wieder fliegen voll durch die Gegend. Hm. Das ist geil. So, und mit den... Die können eigentlich in einen Recycler rein. Oder was kann man damit machen? Recept. Äh... Recept? Oder U? Ja. Uh. Uh. Wollen wir sie eh, dass das Gebäude hier nie fertig wird. Nein, das guck mich auch an. Ja, warum machst du's da nicht fertig mal? Mal fertig machen, Centos. Ja, und du kannst... Ich wollt grad sagen, cheatest du schon wieder? Wieso? Ja, weil die sind einfach so ne Nachricht... ...einfach eingeblendet worden ist. Ja. Doch dämlich. 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 weiss aussageômlich. Hegiü. Hahahaha. Na genau, du hast... Recycler hab ich noch einen. Ach ja. Advanced Panel. Da reicht doch ein einfaches... Ach ja. Ja. Pisse white. Centos, warum sagst du nicht? Pisse white. Catch a white. Pisse white. Catch a white. Du bist dämlich. Ich wollte einfach für mich nochmal selber einfach spielen, aber ich dachte so, ach nö. Was? Catch a white. Mhm. Catch a white. Ja, das wird noch lange dauern. Ich hab schon so getippt auf 75 Folgen. Obwohl es auch das Doppelte wählen kann. Haha. Haha. Okay, ja. Dann halt nicht. Okay, ja. Ich dachte, ich bin mal... Ich weiß doch gar nicht, wovon du redest. Ja, zzzzzzzz. Du mobst mich einfach. Ich weiß grad echt nicht, wovon du redest. Von, äh... Porno Lens. Aha. Das wollte ich nur für mich mal privat spielen mal. Aha. ja 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 ist gut ist gut centus ja ja wie heißt das denn noch mal wie freind eisen nein 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 bei mir nicht dann nicht sein weiß ich auch nicht left the game ja weich tschüss centus centus joint again ja harry potter musik glaube ich wieso harry potter musik naja wie so ein cover ist gar nicht oder ne des sims mittelalter das hört sich genauso an hey wo kommt eigentlich dieser wollblock immer wieder her fisch ist so dämlich ehrlich centus bin schon wieder da ist kacke wenn man krank ist ich bin krank da kann man nicht mehr aufnehmen soll ich das mal eine aufnahme machen laut rum husten ich kann dich nicht mehr hören da war scheinlich deine ohren mir ist das doch egal hauptsache meinen zuschauer und ich dann ja nicht ja das ist dir doch egal das ist ein bisschen ein bisschen zu nehmen so neben der spur ich glaube ich nicht so doch doch blablabla blablabla flasch ehrlich ehrlich jetzt musst du mir das schauen ne doch ich nicht doch so machen wir das solarpanel hier rein fertig aber ich find's lustig so die die das machen wir mal beim lecken gehösen nimmt wie krieg ich den jetzt von da nach da weil du nicht ich gerade auch nicht schlecht wie gesagt immer nur schlecht vielleicht ist so schlecht leichter geht es nicht super schlecht ich verwandle mich mein super schlecht super schlechte mhm stonewater stonepipes so ach ja ich hab hier gerade ein sequoia der ist von 67 bis 195 hoch so geil weißt du warum hm da haben wir mehr aufeinander gesetzt hm das sieht so komisch aus durch die blätter ja gut aber die blätter sind sowieso allgemein so in der mitte da musst du dir das mal anschauen warte ich komm schnell dahin ja teleport hm ich glaub wieder unten am rumtrixen bin ja am rumtrixen hey wo bist du denn hä wo ist das jetzt gemacht hinten so da 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 hinten jawohl es geht ne hm so ja aber chili ne chili vanilli chili vanilli ja jetzt hab ich jetzt mal holz aber die blätter sind allgemein einfach so komisch deswegen ja aber jetzt hab ich jetzt mal holz 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 ja holz 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 hol So, wie mach ich das denn jetzt hier? Dann ist die gleich in den Eimer und die hat ne gute Verzauberung drauf. Ja und kann so wieder neu verzaubern. Ja. Nein, das geht ja auch nicht. Okay. Okay. Warum muss ich ganz außen rum gehen? Ja. Ach, wie geh ich denn da? Oder? Was ist los mit dir? Gar nicht. Ich bin ein bisschen müde. Warum? Haben nur 2,5 Stunden gepennt. Achso. Warum? Ja. Weil ich zu spät ins Bett gegangen bin. Warum? Nein, warum, wenn ich was zur Hände gucken wollte. Warum? Darum. Darum. Warum? Ein EPR, das kostet die zu reparieren. Glaubst du? Oder weißt du schon? 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 Die hat uns ja schon wie ein Volk gekloppt. Hä? Wer? Die. Wer ist die? Wie viel sprichst du? Aber nur die. Keine Ahnung. Okay. Du bist ein bisschen groß. Du bist doch ganz alleine hier, ne? Du bist voll gruselig. Ja. Du bist voll creepy. Du hast ein Shan. Du Shan Deluxe. Oh ja. Ich bin nicht Sammy Deluxe, ich bin Shan Deluxe. 2.0. Hä? Wer ist denn? Warum nicht 1? Darum. Okay. Weil du nicht die Nummer 1 sein wirst. Doch. Du bist nicht auch nicht die Nummer 1, du bist die Nummer 3. Okay. Okay, ja, ja, ja. Ist gut. Flash, du hast so ein Dachstahn, ehrlich. Ja, und fühle ich mich auch super mit. Cool. Nein. Nein. So, dann lassen wir den mal arbeiten hier. Hä? Hä? Wo ist jetzt der Sinn hinter gewesen? Wohinter? Wohinter? Aus seinen komischen Geräuschen wieder. Welche komischen Geräusche? Das ist so ein Schaden. Du hast natürlich gelitten. Äh. Nein, hab ich nicht. Du hast gelitten. Delete... Delete, delete... delete、 ged, t, d it, d crucified... Fah-Wau? Hä, warte. Nix. Keine Ahnung. Nee, nee. Ich muss gerade auch mal bedenken. Hä, warum gibt der mir den wieder? Hast du einen Denkfehler? Den hast du denn mal. Hä? Was war denn das? Das geht auf jeden Fall der Scheiße nur vorher ab. Der Schmelding ist vergiftet oder so. Blau. 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 Dreck. Dreck. Die Farben, die sind, obwohl das hat schon was. Nein, hat es nicht. Komm, verstehst du es halt nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da ist ein Panoramafenster schön groß. Ja, geht in blau. Da ist ein paar Minuten. Also, beim Schmelding in der Schmelding.